Arbeit am Sonntag. Gar kein Bock. Bruder, was für Arbeit am Sonntag? Es ist Samstag. Echt? Ha! Fühlt sich aber an wie Sonntag. Ja komm, wird das wieder so ein Video, ja? Ich weiß nicht, was du meinst. Alles klar. Gladbach-Wolfsburg, ich warne euch gleich mal vor, ja? Okay, um was geht's denn? Unseren guten alten Freunden, den VAR. Oh, schwieriges Thema. Ist der heute wieder lost unterwegs? Absolut schwindlig, die Jungs in Köln. Man kennt's mittlerweile. Wie geht's jetzt weiter? Ihr geht einfach nach Plan vor und der VAR meldet sich, wenn's soweit ist. Ja, oder halt eben nicht. Genau, oder halt eben nicht. Spring mal gleich dahin, bitte. Ich hab echt keinen Bock, am Sonntag zu arbeiten. Es ist Samstag, Mann. Schön, da hab ich aber auch keinen Bock zu arbeiten. Da würd ich lieber, keine Ahnung, Bundesliga gucken oder so. Ah, Moment, Kruse wird gefault. Sieht das denn keiner? Ach komm, war doch gar nix, Wolfsburg. Schnauze, Herr Schiedsrichter! Tut mir leid, ich hab Tomaten auf den Augen. Alter, VAR? Oh. Was ist denn, Wolfsburg? Kannst du dir die Szene bitte nochmal angucken? Kann ich. Mach ich aber nicht. Aber nein, ich habe keine Lust. Im Ernst, das ist doch nur noch lächerlich. Daumen hoch und checkt euch gern meinen Zweikanal ab. Ciao.